Frieda Diejenigen, die Frieda Kriebsch mitleidsvoll, ja mit Wohlwollen begegneten, eine Minderheit, sagten über sie, dass sie ein armes Hascherl sei. Andere, die Mehrheit, waren über dieses Mädchen, später die junge Frau, belustigt und äußerten sich abfällig, die hat doch bei der Taufe genießt oder die haben sie doch mit dem Klammersack gepudert und ähnliches mehr. Erst in ihrem zweiten Lebensjahr waren im Verhalten des Kindes Auffälligkeiten zu beobachten, die die Mutter, Erna Kriebsch, besorgt machten. Ihre Frieda fing erst spät an zu laufen und mit dem Sprechen sollte es wohl überhaupt nichts werden, befürchtete die Mutter. Als das Kind aber auch im dritten Jahr noch nicht trocken war, riet der Hausarzt doch mal einige Spezialisten zurate zu ziehen. Nach langen Untersuchungen und Beobachtungen fand man heraus, dass bei Frieda eine geistige Behinderung vorlag. Wie schwer und inwieweit diese zu beheben, das Kind bildungsfähig sei, darüber ließen sich auch mehrere Spezialärzte nur sehr vage aus. Auf jeden Fall war die Mutter ob dieser Nachricht sehr bedrückt und dicke Tränen rannen ihr über ihre etwas wuchtigen Wangenknochen. Sie war dabei nicht laut, nein, nur kurzzeitig hatte sie diese Traurigkeit überrannt. Auch überfiel sie ein gewaltiges Mitleid mit Frieda aus Angst vor der Zukunft, denn sie lebte mit dem Mädchen allein. Erna Kribsch war aber eine praktische, zupackende Natur, die sich keine langen Lamentos erlaubte. Als Köchin in der Werkskantine einer Maschinenfabrik hatte sie nun schon seit Jahren ihr Auskommen. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Küche in der Nähe der Fabrik, das war das Zuhause von Erna und Frieda Kribsch. Vom Küchentisch aus konnte man hinüber zu den Gleisen der Regionalbahn einer Schmalspurbahn sehen, hielten sich Mutter und Tochter in der Küche auf und ein Zug kam, gab sein Pfeifsignal, rannte Frieda zum Fenster, die Mutter hob sie auf deinen Stuhl und jedes Mal, ob der Zug nun zum Bahnhof oder von da aus in die Höhen des Mittelgebirgskammes fuhr, jedes Mal rief die Mutter in abgestumpfter Monotonie, da der Zug, ja, da Frieda, die Huschbahn, ja, da ist der Zug, ja. Und in freudiger Erregung geradezu ausgelassen, hüpfte Frieda auf dem Stuhl herum und rief wie wild, Huschbahn, ja, oh, 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 Huschbahn, Zug, ja. Auch in der Sonderschule war bei Frieda nicht viel mit Bildung zu erreichen. Dafür erzog die Mutter sie, was die Dinge des Alltags anbetraf, beharrlich, auch mit einem gewissen Erfolg, aber sehr streng manchmal über das Maß gehend. So kam es einmal vor, Frieda war schon weit im 13. Lebensjahr, dass sie vor der Wohnungstür stehend auf den Treppenabsatz urinierte. Sie konnte es einfach nicht mehr halten. Dafür fing sie bitterlich zu weinen an. Die Mutter öffnete die Tür, sah die Bescherung im Nu, waren durch den Lärm Nachbarn aufmerksam geworden, fanden sich ein, schauten stumm auf Frieda. Erna Kripsch brachte das alles aus der Fassung. Sie hob den Rock der Tochter hoch, sodass für alle Umstehenden Friedas durch Nester Schlüpfer zu sehen war und rief, schimpfte, da, es ist und bleibt ein Ferkel. Dadurch weinte Frieda noch lauter. Die Nachbarn zogen sich mit etwas entrüstetem Gesicht zurück. Eine Frau bemerkte noch leise, dass die Pfütze da weggewischt werden müsse, gründlich. Erna Kripsch schob Frieda ziemlich unsanft in die Wohnung. Die Zeit verfloss. Frieda kam aus der Schule ohne Aussicht auf eine berufliche Ausbildung. Nur gut, dass die Mutter auf ihrer Arbeit so gut angesehen war, sodass für die Tochter eine Anstellung als Küchenhilfe gefunden wurde. Sie arbeitete fortan in der Schälküche, putzte Gemüse und schälte Kartoffeln, Tag für Tag. So lebten die beiden Frauen Jahr um Jahr dahin. Sie gingen gemeinsam zur Arbeit und am späten Nachmittag kamen sie gemeinsam zurück. Das Leben hielt für sie keine besonderen, freudigen Überraschungen bereit. Nun gut, an Sonntagen in der warmen Jahreszeit zogen sie die guten Sachen an. Die Mutter legte sogar eine einfache Silberkette um den Hals und so verschönt spazierten sie in den nahen Stadtpark. Dort versüßten sie sich den Tag für ein, zwei Stunden bei Torte und Kaffee. Wieder zu Hause angekommen, holte die Mutter stets ein Würfelspiel heraus. Dieses Spiel hatte sie noch aus ihren Kindertagen. Es hieß Heimatkunde mit dem Bähnchen. Als Erna Kribsch sechs Jahre alt war, brachte ihr der Vater, Lokführer bei der Schmalspurbahn, dieses Spiel mit. Die Unternehmensleitung hatte diesen unterhaltsamen und zugleich lehrreichen Zeitvertreib als Weihnachtskratifikation für die Kinder der Mitarbeiter verteilt. Zunächst wurde immer darum gewürfelt, dass die jeweiligen Figuren Passagiere darstellend in den Zug einsteigen konnten. Gelang dies nicht in jedem Falle, fuhr das Bähnchen unten mit kleinen Rädchen versehen ohne diesen oder jenen Fahrgast ab. Das Bähnchen fuhr nun nach jedem Würfeln ein Stückchen weiter auf dem aufklappbaren Spielbrett, das in sehr wirklichkeitsnaher Art gestaltet den Streckenverlauf der wirklichen Bahn draußen bis hinauf in die Berge darstellte. Freudig winkende Menschen sah man da abgebildet, befand sich der Zug zufällig auf der Höhe dieser winkenden Gestalten auf dem Brett. So tat es ihnen Frieda nach, winkte und juhute, bis die Bahn vorübergewürfelt war. Entsprechend der Spielregeln, die in einem schon ziemlich zerschlissenen Heftchen festgeschrieben standen, gab es auf dem gesamten Streckenverlauf die verschiedensten Hindernisse und Schikanen, die die Figuren des jeweilig betroffenen Spielers zu überstehen hatten. Eines dieser Hindernisse befand sich am Haltepunkt Bank daheim. Wer das Pech hatte, durch des Würfels Zufall an diesem Punkt erhalten zu müssen, musste einen seiner Passagiere aussteigen lassen, musste mittels Würfeln den kleinen Pechvogel den Weg zur Bank daheim zurücklegen und auf den Gegenzug warten lassen. Das gab natürlich Punktabzug. Eben solche und ähnliche Schwierigkeiten waren noch genügend auf die gesamte Strecke verteilt, sodass an der Bank daheim noch nicht die Entscheidung über Sieg oder Niederlage gefallen sein musste. Frieda lebte im 20. Jahre, da erkrankte die Mutter. Die Kopfschmerzen, unter denen sie litt, wurden immer unerträglicher. Es war ein Tumor im Hirn, der die Schmerzen verursachte. Nach einer Operation schien alles wieder normal zu sein. Erna Kribsch lebte dennoch seither mit einem gewissen Unbehagen. Oft auch an plötzlichen Tod denkend, sah sie das Schicksal der Tochter dann doch stärker gefährdet. Sie musste das Kind auf eine solche Wendung unmerklich vorbereiten. Peinlichst drang nun die Mutter noch genauer darauf, dass sich Frieda sauber hielt, dass sie die Wohnung selbst tipptopp in Ordnung halten konnte, besonders die Küche und Toilette. Auch sah sie mit besonderer Strenge darauf, dass Frieda nicht zu viel aß. Diese hatte einfach die Neigung zum vielen Essen. Du wirst noch so dick, bis du platzt, mahnte die Mutter und schloss alles Essbare vor Frieda weg. Die von Erna Kribsch befürchtete Komplikation im Kopf vertrat ein. Begleitet von Anfällen, Muskelschmerzen und Nackenstarre, wurde sie mehr und mehr zur hilflosen Person. Sie musste wieder ins Krankenhaus, wo man sich ihrer noch freundlich erinnerte. Die Ärzte diagnostizierten eine Infektion, eine, die zwar höchst selten Auswirkungen auf das Hirn haben kann, Herpes simplex. Sämtliche Ärzte und Schwestern beruhigten Erna Kribsch, dass die Sache mit den entsprechenden Mitteln in ein paar Wochen behoben sei, keine Sorge. Diese Auskunft vernahm die Patientin gern und gab sie auch zur Beruhigung an ihre Frieda weiter, die die Mutter regelmäßig besuchte. Mama wird bald wieder zu Hause sein, tröstete sie das Kind, sich selbst dabei auch mutmachend. Sieh nur zu, dass du streng Ordnung hältst, gab sie der Tochter wieder und wieder mit auf den Weg. Frieda hielt sich auch an die Anweisungen der Mutter. Alle Tätigkeiten waren Frieda so geläufig, so eingeimpft, dass sie sie wie von einem bedingten Reflex gesteuert verrichtete. Da konnte nichts passieren. Ganz unbesorgt konnte die Mutter sein, was ihr auch von einer Kollegin, die der Erna etwas näher stand, bestätigt wurde. Womit niemand mehr gerechnet hatte, am wenigsten die Ärzte, Erna Kribsch starb an Hirnentzündungen. Frieda konnte die Nachricht bestimmt nicht wirklich erfassen, momentan jedenfalls nicht. An das Alleinsein hatte sie sich in den Wochen des Krankenhausaufenthalts der Mutter schon gewöhnt. Alles tat sie wie immer. So war es auch nicht verwunderlich, dass Frieda schon am nächsten Tag, nach dem Tote der Mama pünktlich zur Arbeit erschien und auch mal, so es sie überkam, lautlos lachte. Keiner nahm daran Anstoß. Sie galt ohnehin als eigenartig und gestraft war sie ja genug. Ein warmer Mai ließ auf einen schönen Sommer hoffen. Die Natur verwöhnte die Augen derer, die die Freude an dem sich jährlich wiederholenden Schmücken von Bäumen und Gesträuch noch nicht verloren hatten. Jenes vielbesungene Naturaufbrechen also, das durch saftiges Grün auf Wiesen und Fluren, durch Blüten der Blumen und Unkräuter eine geradezu überladene Ergänzung findet. Es war wieder mal an einem Sonntag Nachmittag. Zufällig ein nicht weiter erwähnenswerter Staatsfeiertag, denn für Frieda Kribsch hatte es überhaupt keine Bedeutung, welche Flaggen von den Türmen grüßten. Die Sonne schien. Frieda plante einen Spaziergang in den Stadtpark, wie einst mit der Mama. Einer plötzlichen Eingebung gehorchend riss Frieda beide Türen des Kleiderschranks auf, dazu die Schubfächer der Kommode. Ihre eigenen Sachen interessierten sie nicht. Die der Mutter aber probierte sie sämtlich an, Kleider und Röcke, Strümpfe und Schuhe. Endlich entschied sie sich für ein dunkelblaues, einfaches, gerade geschnittenes Kleid, dazu braune Strümpfe und ein paar schwarze Halbschuhe mit einem kleinen Blockabsatz. Ihr Bild im Spiegel gefiel ihr außerordentlich. In diesem Kleide sah sie sich in Gestalt der Mutter, die eine schlanke Figur hatte. So übersah sie bei sich freilich die Fettwülste in der Hüftgegend, den gedrungenen Hals und Nacken, wo sich eine Fettwelle mehr und mehr ausbildete. Auch die feine, silberne Kette der Mutter legte sie an. Als alles zu ihrer Zufriedenheit gelungen schien, jauchzte Frieda auf, ergriff die erstbeste Handtasche. Es war dies eine mit einem starren Bügel als Griff, ansonsten aus schwarzem Kunstleder. In diese Tasche tat sie noch rasch ihr Portemonnaie, ein umhäkeltes Schnupftuch und einen Kamm. Dann schloss sie die Wohnung ab, verwahrte auch den Schlüssel ordentlich in der Tasche. Eine gewisse Aufgeregtheit war ihr, auch in einiger Entfernung anzumerken. Frieda merkte nicht, dass sie von Nachbarn hinter Türspionen und Gardinen getarnt abfällig belächelt wurde. Das war aber auch für die Gaffer ein Spaß. Allein dieser Gang, steif wie die Mechanik einer jahrzehntelang nicht benutzten Maschine. Frieda hatte ja noch nie Schuhe mit erhöhtem Absatz getragen. So etwas braucht Übung. Die Handtasche hielt sie an dem Griff mit der rechten Hand so umklammert, dass die Finger davon weiß wurden. Die Tasche bildete die direkte Verlängerung des ebenfalls versteiften Armes, wie überhaupt der gesamte Körper ziemlich verfestigt war. So schob sie sich in Richtung Stadtpark. Frieda wurde auf diesem Wege in ihrem Gemüt immer fröhlicher. Wie einst mit der Mutter setzte sie sich an einen der Tische, die unter der alten Kastanie standen. Ein Kellner trat zu ihr, um die Bestellung entgegenzunehmen. »Ammol Koffee und ein Stück Torte«, begehrte Frieda. »Was denn für Torte?«, fragte der Kellner nach. »Nur mit Schokolade drauf«, gab Frieda zur Antwort und errötete dabei etwas. Ab und an schauten ein paar Leute zu Frieda und grinsten ebenso wie der Kellner. Frieda traf dies aber nicht hin und wieder, zupfte sie an ihrem Kleide, strich sich übers Haar, drehte zwischen Daumen und Zeigefinger die Silberkette, aß und trank. Als sie die Torte gegessen, der Kaffee getrunken war, sah sie nun da, ein wenig in sich gekehrt, den Blick auf den leeren Kuchenteller gerichtet. Die Handtasche hielt sie auf der Wölbung ihres Bauches mit beiden Händen fest. An sich war nun auch schon alles erledigt, was sie sich an Vergnüglichkeiten vorgenommen hatte. Da trat wieder der Kellner an sie heran, fragte nach, ob's noch was sein dürfe. Normal, war Friedas knappe Antwort, diesmal ohne zu erröten. Dabei zeigte sie unmissverständlich auf den leeren Teller und die Tasse auf dem Tisch. Als der Kellner das Gewünschte brachte, stellte er noch ein Gläschen Likör dazu. Hier, junge Frau, ein Gebirgskräuter. Den spendiert Ihnen der Herr da drinnen, der am Tresen steht. Frieda sah diesen Mann, kannte ihn aber nicht. Freundlich winkte der Mann ihr von drinnen, prostete ihr mit seinem Glase zu und trank es auf Ex aus. Frieda nippte nur an dem Getränk, hatte es aber schließlich dann auch geschafft. Ihr wurde wohlig warm ums Herz. Sie lächelte, blickte zu dem Spender, der noch am Tresen stand und winkte nun ihrerseits ihm zu. Frieda bekam noch einen Likör und noch einen von dem Manne spendiert. Sichtlich fuhr ihr das Getränk in die Glieder, vor allem jedoch in die Sinne. Auf ihrem Gesicht brachen auf einmal kräftige rote Flecken hervor. Der Kellner fürchtete um sein Geld und kassierte bei Frieda mal vorsichtshalber ab. Diese hatte aber noch keine Lust, nach Hause zu gehen. Auf dem Weg zur Toilette, der durch den Gastraum führte, musste sie am Tresen vorbei, wo dieser Mann stand. Als sie zurückkam, steuerte sie direkt hin zu diesem Manne, der gerade wieder einen Gebirgskräuter kippte. Stummlächelnd stand Frieda daneben. Nochmals weh, sagte der Trinker zum Wirt. Es ging so weit, dass Frieda sich kaum noch auf den Beinen hielt. Der Kräutertrinker, noch in recht guter Verfassung, griff sich die torkelnde Frau und verließ mit ihr die Wirtschaft. Unterwegs wollte der Mann Frieda die Handtasche abnehmen. Aussichtslos. Die Finger von Friedas rechter Hand umklammerten und sicherten den Taschengriff besser als jedes Sicherheitsschloss. Frieda erwachte am nächsten Tag zu spät. Das erste Mal, dass sie nicht zur Arbeit in der Schälküche erschien. Ihr war nur schlecht. Zu ihrer Verwunderung saß ihr im Sessel gegenüber der Mann aus dem Stadtpark-Café, woran sie sich nur dunkel erinnerte. So erfuhr sie, dass sie am gestrigen Tage nicht mehr laufen konnte, er sie nach Hause gebracht habe und er ihr auch gern weiterhelfen wolle. So tat der Mann auch, was er konnte, um Frieda wieder auf die Beine zu bringen. Am Abend fragte er, ob er denn nicht lieber bleiben solle. Platz wäre doch genug und überhaupt könne er sie doch ein bisschen unterstützen. Er blieb. Nun wusste er auch, dass sie Frieda und sie, dass er Horst hieß. Die Vorwürfe des Küchenchefs am nächsten Tag wegen der Fehlstunden rührten Frieda wenig. Schon als sie in der Schälküche vor einer großen Menge Rhabarber saß, der geschnitten werden musste, war sie wieder guter Dinge und sang nach einer erfundenen Melodie fast pausenlos vor sich hin Ich habe eine liebe gute Mann, ich habe eine liebe gute Mann, das ging so bis zum Feierabend, den sie sehnlicher erwartete als bisher. Die Rasanz mit der Frieda Kribsch zunächst in eine gewisse soziale Schieflage geriet, kam für alle überraschend. Nichts von dem, was die Mutter ihr mit großer Zähigkeit anerzogen, schien bei der Tochter mehr zu wirken. Dass der Horst ihr ständig Geld aus der Tasche nahm, vieles vom Schmuck der Mutter verkaufte, dass er sich von Frieda ernähren ließ, keine Miete zahlte, Dies alles hielt Frieda für normal und sang weiter, so es ihr in den Sinn kam. Ich habe eine liebe gute Mann, ich habe eine. Beiden schmeckte der Gebirgskräuter immer besser, Flasche um Flasche. Frieda wurde fristlos entlassen, die Kolleginnen fanden das inzwischen auch in Ordnung, denn wer so drauf loslebt, hat es auch nicht anders verdient. Und, wenn das noch die Mutter wüsste. Da nun kein Einkommen mehr zu erwarten, die Miete nicht mehr bezahlt werden konnte, zog sich Horst ganz schnell zurück. Er war einfach nicht mehr da eines Tages. Da saß sie nun, die Tochter von Erna Kribsch, und war nicht einmal traurig. Frieda verkam zur Trinkerin ganz leise. Erst, als übler Geruch bis in das Treppenhaus aus der Kribschen Wohnung drang, waren es die Nachbarn leid und riefen die Polizei. Diese musste die Tür der Wohnung aufbrechen. Es war ein Bild des Jammers. Auf dem Sofa sitzend, die Haare wirr und klebrig, eine Flasche Gebirgskräuter auf dem Tisch, ein schönes altes Likörglas daneben, sang Frieda leise, ohne zu enden, ich habe eine liebe, gute Mann.